Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder. Und dieses Mal spielen wir Puppet. 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 Ja, wieder keine Ahnung, was uns erwartet. Keine Ahnung, absolut nicht. Wir drücken einfach mal Start und fangen an. Sag ich dann, möchtest du? Ich fang ja. Komm, komm, lass mal die mutige Janine anschweren. Oh, ich nimm das mal kurz. Ja, nimm mal mein Glas. Geht das so? W-A-S-D-to-move-left-mouse-to-interact. Ist der Wohne zu Ende? Kann ich runterfallen? Ich guck mal, ob du springen kannst. Ne. Da kann ich nicht runterfallen. Nicht so viel bei Elder Scrolls. Kann ich auch schneller? So. Zweimal schnell. Nein. Nein. Ey, gehört das Spiel so? Ist das echt? Ist das richtig so? Das sieht so verpackt aus. Hungry! Experimental Horror by Wesley Streepin. Mhm. Kugel. Was steht dahinter? Memories bestimmt, würde ich auch sagen. Ja. Wake up. Nee. Kann ich da durchlaufen? Nee. Kann echt nix machen. Also ich... Presse Butler. Und wir fallen ins Boden los. Ja. Sind wir tot? Sind wir tot? Sind wir tot? Haben wir schon wieder verkackt? Genau. Game over. Ja. Ja, ehrlich. Na ja. Sieht aus wie ein Chemieunterricht. Ja, ehrlich. Mit diesen ganzen Molekülen. Waking will not save you. Okay. Möchtest du ein KitKat? The Nightmare. Nee, danke. Das ist echt. Und du? Sind wir echt? Hm? Sind wir echt? Ach so. Das ist Kettensäge. Und ein Rasierapparat! Emmerant. Ist das jemand mit dem Knoppen? Und Rasierapparat? Das war's dann. Vielleicht scheren wir unseren Hund. Achso, so... Okay. Start. Start. Starte doch! Ja! Ich hab die ganze Zeit Doppelklick gemacht! Und draufgelegt! Also es ging ehrlich nicht! Ehrlich! Und jetzt geht's ja. Ist das ein Museum? Das ist ein Teddy. Ja... Kann ich schneller laufen, ne? Guck mal, nehm ich mal hier Pistole mit. Tranquilizer Gun. Äh, Tabletten. Okay. Boah, ich hätte ja echt gerne einen Sprintknopf, ne? Ey! Wird ja gerne was mit den Spinden machen, aber geht bestimmt nicht. Weißt du, ich laufe jetzt zu den Bären. Warte, Eva... Könnte ich... Ne. Ich könnte ja gar nichts machen. Hat er sich schon bewegt? Nein. Auf euch bewegt er sich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich hab ja... Ich schau mir das an. E gleich MC hoch 2. E ist 1,7 mal 9 E. Ich zeige, was ich mir mische. There we go! Here we go! P. Und ein Mül. I won again. Bitte geht zum Bären. Kill it. Kill it, genau. Ich will, wenn's da klein steht. I have resorted to playing Hangman by myself alone. It is surprisingly fulfilling. I may try tic-tac-toe next to this what's in... Amenity? Ich kann's lesen. For example... I must work? Keine Ahnung. Teddy! Bewegt dich bloß nicht. Boah, kann ich... Es ist nur ein Teddy! Ja, aber ich bin so lahm, ne? Was ist das? Ich will... Es geht rüber. Es geht rüber! Ich kann rüber! Ich kann rüber! Ich kann rüber! So schreit, klick. Ich hab da was jetzt. Geh mal weiter. Ob da was schreckst, wenn er sich da häutet. Elevator ist da hinten. Kann man echt nicht schneller laufen? Nein! Das ist echt übel. Ich kann echt nicht schneller laufen. Der links ist ein Gitter. Okay, Figur. Wer frei ist, was schreit. Ah! Oh, ein Zettel. Oh! Oh! So war gerade noch nicht, ne? Ich kann nicht schreiten. Oh! 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 Diese Meetingmusik, ne? Ey, das ist echt mega bitter. Das ist doof, dass man zu langsam geht und dann... Ja. Ist das da? Papier? Zum Mitnehmen links? Ja. Smart Girl. Das hat so geläuchtet. Yet another plan to overthrow the government has been foiled by the president. I hate him. It is almost as if he is able to see my plans before I carry them out. Luckily, he has still been unable to identify me. I have one more chance. And this one won't fail. If I can't take him out myself, then I will go through someone else. Perhaps his daughter. A little... Little girls like toys, right? Uuuuuhuuuhh. Achja. Geht...nicht...auf! Nicht. Auch. Und wo kommt denn die Musik? Ist das ein Raum oder soll das allgemein hinter uns sein? Das ist ein Fernseher, glaube ich, da oben. Was? Das klingt, als ob die Musik vom Klo kommt. Ah, ist das ein Fick. Doch, du kannst das tun. Der ist rot. Nein! Was denn wir? Was denn wir? Ja! Nein! Mach ich doch! Mach ich doch! AHHHHH! 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 Das ist blödelig! AHHHHH! AHHHHH! Und ich weiß, du lacht mir... AHHHHH! 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 Aber bestimmt hinter dir oder so! AHHHHH! AHHHHH! Wie soll ich denn da in diesem Tempo wegkommen, wenn ich so laufen kann? Ich hab das Wort grad nicht lesen können! Du so... BADENT! BADENT! Was ist ein BADENT! AHHHH! Und ich so... AHHHH! Ich muss weglaufen! AHHHH! Ne, aber lachst du mich aus, weil ich Angst hab vor diesem Teddy, der sich häutet! Und nur weil der auf einmal hinter einem steht! AHHHH! Jetzt lass zu! Okay! AHHHH! Muss ich wieder... Aber ich musste ja nichts einsammeln! Oder? Doch, ein Paper! AHHHH! AHHHH! Aber die Sache ist ja, wir haben ja auch ne... Shotgun! Bzw. nur ne Gun! Ich würd' das mit dem man schneller läuft! Also vorwärts laufen ist schneller als seitwärts laufen! Und... Keine Ahnung! Wir haben halt Items, aber wir können sie irgendwie nicht... Warte mal! Kann ich kurz mal? Ne, okay! Tap on! Peel yourself! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich... Was ist das denn? Okay! Da war nichts! Oder war da auch ein Zettel? Doch, da war jetzt eine Zettel! Ach ja... Aber den müssen wir jetzt nicht mehr lesen! Ach, das Blut war die ganze Zeit schon, oder? Ich geh mal da runter? Ich geh mal runter. Kann ich gar nicht. Hm, hm... Nee, 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 nee! Vielleicht dürfen wir auch nicht in das Spiel gucken. Vielleicht ist er dann automatisch tot. Stammt. Weil... Ehrlich, du kannst mir nicht erklären, dass man so weglaufen kann. Kann man auch nicht. Aber ich will, dass niemand schießt. Okay, weiche gut! Geh mal, eben schon! Achso. Keine Ahnung. Soll ich direkt dahin? Scheiße. Badezimmer. Wir wissen jetzt, wie schön wir aussehen. Ja, wir sind doch überhaupt kein Einstein, ne? Also, wir sehen nicht aus wie Einstein. Wer hat hier ein Reagenzglas zerstört? Oh, oh, oh! Teddy. Warst du das, Teddy? Badent. Wieso gehen wir noch? Das ist ein Sign of Sanity. Mäh! Wieso sind doch Schritte? Ich weiß nicht! Bestimmt's lustig! Mäh! Teddy. Teddy. Don't kill me. Wir haben vor dem Sein. Wasser. Ja. Vor der Psycho-Teddy. Können wir irgendwie Schubladen aufmachen? Ne, ne? Mhm. Ich logg dich. Ich logg dich. Ich bin im Raum mit dem gruseligen Fernseher. Aber weißt du, was gut ist an dem Spiel? Dass das ein Plüsch-Teddybär ist. Und dass das keine Puppen sind, weil Puppen wären noch schlimmer. Also richtige Puppen. Aha. Wie die Frau in dem Spielrad. Ja, Schaufensterpuppen sind übel. Teddy. Change the elevator. Passwort today ist... Sein Name? Was ist denn sein Name? Ich konnte nicht so schnell lesen. Ja, das Passwort ist sein Name. Teddy. Oder Einstein. Teddy heißt doch nicht Einstein. Exit. Sein Name ist Teddy. Ja, wirklich. Würde ich mal ausprobieren. Let me in. Es geht nicht. Ich drücke den Knopf. Dann gehen wir halt Exit. Jetzt würde das funktionieren. Kommt bestimmt jetzt Teddy und Tüte. Ja. Ey. Tja. Vielleicht müssen wir doch ins Badezimmer? Ja, ich glaub auch. Aber... Wie sollen wir denn da so schnell wegkommen? Das weiß ich auch nicht. Ich bin ja nicht lange stehen geblieben. Um zu gucken. Wieso? Keine Ahnung, Mann. War in diesem Reagenzglasraum irgendwas anderes außer dieser einen Note nur? Mh, mh. 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 Aaaaaaah! Ist da vielleicht noch irgendwo ne Note? An der Wende oder so? Im Klo. Wir können es auch nicht bücken, ne? Ne. Und ist irgendwas auf E noch? Ne, ja. Und gar nichts. Okay. Nein, das ist gut. Okay. S-E-F-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! Welche Tür war das? E? Aber die ist jetzt gar nicht gekommen, ne? Ne, ich hab ja auch besser E gedrückt. Da kamen keine Zähne bei mir. Probier nochmal den Elevator, bei dem jetzt kam es. Nein, aber vielleicht ist diese Tür da auf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr E gedrückt hab als du gerade oder was der Unterschied ist. Aber wir hätten erst... Ja. Oder man hätte erst alle Notes ein... Oh mein Gott! 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 Okay! Oh mein Gott! Oh! Was hast du getan? Badent! Ich muss benutzen Puppet. Hi, da sind wir wieder. Wir mussten uns ein bisschen beruhigen. Ja. Wir hatten voll den liebsten Lachflash gerade. Aber wir starten jetzt weiter. Wir starten weiter? Ja, mit Floor One. Floor One von Puppet. Und hoffen wir kriegen keinen Puppet. Konzentrieren. Aber renne ich dann weg? Oder was tue ich? Ich weiß nicht. Das ist so laut. Hallo? Kannst du ihn ausweichen, wenn du zur Seite gehst? Vielleicht läuft der geradeaus durch. Nein. Was machen wir denn jetzt? Der verschwindet ja in einer Weile. Aber ich glaube, du musst an ihm vorbei, weil sonst... Ja, geh mal weg, Mann. Geh mal weg, Mann. Wir hängen fest an ihm. Willst du mich verkack-eiern? Wo bist du? Du bist dran. Ich hab... Ich hab... Weiß nicht, Mann. Ich hab keinen Plan. Nee. Kannst du nicht mal in das Spiel starten? Ja, ehrlich mal in das Spiel starten. Kannst du nicht mal in das Spiel starten? Ich hab jetzt Florian eins angeklassiert. Ich hab jetzt Florian eins angeklassiert. Hier wird die Musik quasi am Psycho stehen, ne? Vielleicht passt man ja hier in den Raum. It is my name. Und man hat name ne andere Schrift. Wie heißt der name? Ich glaub auch, dass es name ist. Vor allen Dingen, weil name groß geschrieben ist. Also durchgehend, während alles andere... Dann wird's auf große Kleinschreibung geachtet. Guck mal. Oh, die Musik dran ist übel. Guck mal hinterm Tisch, ob hier am Boden noch was liegt. Boah, Freund. Das klingt, als ob Musik rückwärts abgespielt würde, ne? Steht ja rüber. Reverse, mein ich. Ja! Rüber ist was anderes. Rüber ist was anderes. Rüber ist mein ich. We are so pretty, pretty, pretty. Oh mein Gott! What is this? What is this? What is this? It's... Hey, jetzt ist sie in die Tür gegangen. Ich hab ja auch den Tür-Song gehört. Aber... Aber... Die Revolve muss ich... Die ist immer noch da. So. Mal gucken. Das ist aber auch keine Fanbedingung und ich kann auch keinen von diesen Dingern da rum nutzen. Ich probier nochmal am Ende weiter. Also Exit ging nicht. Wenn du da jetzt nicht rein kannst, kannst du noch in die Bücherei oder in den Start da. Stahlraum. Okay, geht nicht. Aber... Ich glaub das fliegt ja komplett auf, sobald ich da in die Richtung gehe. Ach so. Scheiße. Dann bleibt ja nur noch der... Dann weiß ich auch nicht. Ich guck mir jetzt jeden von diesen Dingern an. Das hört sich da irgendwie wieder so ein bisschen anders an. Aber ich kann ja nirgendwo mehr klicken. Und wenn du ganz nah an der Seite vorbeigehst... Dann bin ich ganz an der Wand. Nee. Vielleicht kann ich ja an ihm vorbei. Ich häng an der Tür fest. Wollt er noch? Nee. Oh gut. Doch. Oh gut. Wollt er das? Ich hab gar nicht so schnell lesen können auf dem Stand. Wo? Auf dem Ding, das du an dem Lied bist. Das war der Laptop und ich musste Login eingeben und ich hab NEIN in Capstalk geschrieben. Ach so. Und jetzt? Kann man jetzt einen Tipp machen? Bild. Ja. Klaue Tour! Woh-hoh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020